Das macht voll gute Fotos. Ja, also lass erst mal weit sehen. Was das für gute Fotos macht. Nee, ist doch gut. Heute brüllt keiner hier wie am Spieß. Heute wird keiner geschlachtet. Fürsdann ist es auch egal. Wenn die packt er sich hier hin. Was? Nach dem Essen. Nee, ich geh sogar. Reziprokrat, also meine Lieblinge. Welche, die da? Die Doppelgärten, ja. Aber die interessieren sich ja nicht fürs Wasser. Ja, also eine Formation, das sind acht Stück. Mitunter machen sie auch so, wie die Kaltbeck waren. Das ist hier im Schwarm gespürt. Ja. Wir haben das mal früher gemacht. Ja. Doch, das fladdert immer noch. Das Gras da, wo der Ausströmer ist. Ah, ja. Das fladdert noch in diese Richtung. So, und jetzt kommt das Wasser von da und kommt wieder zurück. Und das kommt auch zurück. Wie wissen Sie im Moment, wie recht wo sie sind? Er bemüht sich. Ja, jetzt geht er auf. Aber es muss ja schmalz sein, sonst würde ich die Kigane kämpfen. Mhm. Guck jetzt mal die Erde hin. Ja. Vor allen Dingen, sie können ja nach hinten in die Ecke gehen, da haben sie nicht so viel. Ja, da siehst du es, der dritte Skala, hinten der Helle, der schwimmt da gegen Strömung. Der hat so winzig... Der hat so winzig...